Hallo und willkommen zurück beim Oldtimer und Youngtimer Projekt LS19 auf der Karte Berthas Kommune im Teil 45 und im Frühling weiterhin. So und ich habe jetzt zum ersten mir Fade 36 noch dazu gekauft. Das Geld war zwar für andere Dinge geplant, aber das Fade bringt weiter. Ich habe es gedüngt bis Düngungstufe 3 und ich habe meine anderen vier Felder, die ich schon gesehen habe, ebenfalls auf Düngungstufe 3 gebracht. Die vier hatte ich letztes Mal. Die vier hinten sind auch noch gegrubbert, so dass ich jetzt ganz in Ruhe ansehen kann. Und da meine Zuckerbrüder auch Zuckerrüben brauche, werde ich auf den Feldern 36, 37, 38, 40 und 42 Zuckerrüben anbauen. Denn die Masse, die ich letztes Jahr hatte, war zu wenig. Auf Feld 29 und 30 werde ich Raps anbauen und auf Feld 31, 32 werde ich Raps machen, 32 Hafer, 29 Weizen oder Gäse. Damit sind dann im Prinzip alle Tiere auch versorgt. So, jetzt haben wir das. Das ist jetzt auch passiert, seitdem ihr das letzte Mal dabei wart. Und jetzt, wie gesagt, ich muss einmal die Zuckerrüben anbauen, damit wir dann die Zuckerbrüder auch beliefern können. Ich hatte jetzt letztes Mal ja irgendwas oben. 130.000, 70.000 waren drinne, 5.000, jetzt sind nochmal 50.000 drinne. Also irgendwas um die 130.000. Ja, und ich kann nicht sagen, das ist definitiv wenig. Denn, äh, wenn die 50.000, die da ca. alle sind, steht, obwohl du widerstellt, heißt, das ist definitiv wenig. Ähm, ich brauche also mehr Felder, um Zuckerrüben anbauen zu können. Und trotz alledem genug Rechte zu haben, um ein Tier zu machen. Das heißt, dann Unkehrschluss. Ich werde jetzt nach und nach Felder erstellen, die hauptsächlich mit Zuckerrüben anbauen oder halt, wenn sie schon bestellt sind, mit Weizen, Gerste oder Raps oder meinetwegen auch Sojabohnen und Sonnblunde. Nicht schmerzfrei. Denn werde ich dir das jetzt mal übernehmen und werde mir die dann nach und nach vorbereiten, das ich aber irgendwann auch nochmal grüßt. Einfach, weil das ein masses Geradeanzug ähm, echt noch viel, viel mehr gemacht habe. Sonst steht die Hälfte des Jahres eine Produktion früh. Damit ist ja. Aber wie gesagt, auch Pferde, Kühe, Beine, wollen versorgt werden. Hühner. Vergessen. Und dementsprechend mehr erstmal in Felder investieren. Oder im schlimmsten Fall den Kreditrahmen erhöhen, sich verschulden und dann investieren, um dann noch natürlich den Schuldenwerk wieder einig zu machen. Aber mir wird wohl überscheiden. Durchbleiben. Wenn die Grenze kommen und ich kann es nicht immer teurer einkaufen. also eine LKW-Landung voll mag er gehen. Aber drei. Exakt. Was ist denn? vielleicht noch mal laufen. in der Form. Aber momentan haben wir sie. Vielen Dank. 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 Das ist der größte Bein, der uns kommt. Heute auf jeden Fall. Das war's gut. Kloppt das. So. Ich werde jetzt hier noch weiter. Ich werde 40 Pfeilen. Mit Zuckerrum. Jetzt rein. Falls noch. Dann werde ich von Felder nach Nacht. Dann sieht er uns. Im Liegsten wieder. Braun. Ich wünsche euch was. Ja, hey, macht das gut. Ciao.